Wird hin in Gottes Friede, hat sich Gott doch längst entschieden, auf dem Weg euch zu bewahren, dem euch Jesus Christus weist. Wird hin mit Gottes Segen, er wird Kraft auf alles legen, was er tut in Jesu Namen an den Menschen dieser Zeit. Wird hin mit dem Versprechen, Jesus wird sein Wort nicht brechen, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Welt.